Musik Musik Oder man greift zu einfach von hinten an. Musik Was ist das da oben für einer? Ah, ich weiß jetzt glaube ich wie. Ja, mit Leertaste. Mit Leertaste, genau, jetzt habe ich es oben gesehen. Okay, gut, gut, gut. Das Sterben hat sich jetzt eigentlich schon gelohnt. Wenn ich ihn irgendwie distraue, könnte ich ihn irgendwie... Oh Gott. Ja, okay. Dann muss ich wohl... Den Typen da weglocken, nehme ich mal an. Mache ich den fertig oder den da? Das ist die Frage. Wer von beiden wäre der sinnvollere? Der untere? Ich meine, der untere wäre wahrscheinlich sinnvoller. Was ist denn das jetzt? Wenn ich ihn irgendwie distraue, könnte ich ihn irgendwie... ... 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 Komm raus. Nein, nein, nein. Ich schätze mal nicht, dass man es so machen hätte sollen, aber... Egal. Egal. Durr, durr, durr. Durr, durr, durr." Hau die innen! Geh mal da rein. Und dann spring ich gleich drüber. Hua! Wenn ich ihn irgendwie durchdichtan könnte. Wie kann man ihn irgendwie sehen? Okay, okay, okay. Ohne sein Verbündeter ist weg, aber das interessiert den Scheiß. Okay, dann gehen wir da. So, dann hätten wir dies. So, jetzt muss ich nur noch gucken, dass ich den irgendwie wegkriege. So, das schaffe ich auch. Oh Gott, da oben sind nur noch zwei. Ah, ich kann da gar nicht rein. Ja, die wollen alles, dass man ihren Rücken deckt. Die sind auch immer nur positionvoll. Okay. Ach ne, oh ne, bitte, da ist schon wieder. Wenn ich ihn irgendwie umdrehen könnte. Äh, ich brauch dich nicht umdrehen, Alter. Geht das schnell genug? Okay, der kommt sonst wohin. Sag ich doch, geht auch ohne. Dass ich da ohne gegen die zwei Stück verloren hab, warum auch immer. Eigentlich waren die doch im Gespräch. Das wundert mich, dass die eigentlich ja im Gespräch waren. Das hat mich gewundert, dass die im Gespräch waren und dann mich trotzdem gesehen haben. Ach, das war einfach zu schnell. Normalerweise ist er ein Metallschilder, aber das hat er jetzt irgendwie nicht draußen. Was soll ich nutzen? Ach ne, das ist der. Sag mal, wann kann ich denn über dem rolle? Ah, jetzt. Okay, jetzt hab ich's raus mit der Rolle. Ja, endlich. Hat ja auch lange genug gedauert. Ja, jetzt fast zwei. Wie lange spiel ich mal da schon? Ja, jetzt hat fast zwei Stunden gedauert, damit ich jetzt rausbekomme, wie die Rolle funktioniert, ey. Warte, Bronzekriegerin, ja. Das ist doch, mehr ist auch nicht. Hätte ich natürlich einen, so einen komischen Hex-Boost-Sprung-Slide gehabt, dann wäre das natürlich auch einfacher gewesen, zumal in der Teil. Mach sicher, dass niemand die Stabilität dieses Platz verhörert. Okay. Waverln hat seine eigene persönliche Begründung. Ich sollte sie eliminieren. Das könnte es ihm einfacher machen. So, die persönliche Leibwache ist tot. Oh, kann ich nicht drüber. Boah, da komm ich nicht durch. Nur er, das ist ein Witz. Abgeschlossen oder was? So, hier haben wir niemand. Okay. Drei Attentate. Oh. Boah. Uncool. Uncool. Der Zweite hätte mich nicht sehen sollen, der Sucher. Hätte er mich nicht gesehen, dann wäre das eine gute Abhängung gewesen. so holen wir uns noch die komische wust jetzt gut der gut guck nur geradeaus unter wo vielleicht sollte ich mal den ein oder anderen umbringen Ach, Mist. Ach, ich kann hier weitergehen, ich muss da nicht rein. Okay, gut. Wow. So, die sind ja sowieso im Spatzen da. Naja. Äh. Ah, über die kann ich nicht überrollen, okay. Wusste ich natürlich vorher noch nicht, da ich das ja noch nicht ausprobieren konnte. Aber jetzt geht er sich um. Bitte schieß mich nicht ab. Äh. Nein, du darfst nicht schießen. Du darfst nicht schießen. Du darfst nicht schießen. Nein. Nein, der hat nicht geschossen. Der hat mich totgeschlagen. Alles tot. Äh. Äh. Missed. Äh. Sollte andere da auch mal ein mal nach unten gucken. Alle, jopp. Ich muss jetzt nach oben hangeln. Und dann? Äh. Wo? Ach, wo muss ich hier schon wieder hin? Hä? Was? Ähm. Will ich nach unten? Nein. In die Türen rein kann ich auch nicht. So. Okay. Ich fange mich einfach mal ganz drüber. Ja. Ach, ich verstehe. Die Fenster sind zugemacht. Fest, äh, zugemacht. Mit... Mit den Barre, äh, zugebreddert. Preddert, genau. Breddert, zugemacht. Okay. Oh Gott, da muss man erstmal drauf kommen, ey. Ah, doch, da oben ist so ein Boost. Da hab ich jetzt auch Boost ready. Hey, ich will ohne. Oh oh. Stand住! Stand住! Drüber rollen... ...und... ...aufschlitzen. Eigentlich hab ich keine Lust auf den, aber... ...und... 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 Wir machen es einfach mal. Vielleicht geht da nur das Tor auf? Ich weiß es jetzt nicht. Aber geht einfach nur das Tor auf, oder was? Oh. Wie langweilig. Ah, hätte ich hier komplett durchstealfen können, aber... Ist so langweilig. Das sind Personen. LX-Packen voll. Der muss gar nicht voll sein, damit ich ihn benutzen kann. Okay, gut. So, bringen wir dich schnell um. Ich bin schon mal. Äh, ich hätte hier gar nicht runter müssen. Da, komm ich immer an. Ich würde ihn jetzt von hier gerne umbringen, aber... Daraus wird wohl nix, denke ich. Ähm... Ähm... Leute, ich will doch einfach... Ich will doch sogar zu euch kommen, also bitte. So, weiter geht's. So, weiter geht's. Davon... 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 ...habe ich noch nicht mehr. Also kann ich auch nichts nehmen davon. Gebt euer Leben, um ein Trinken herzuhalten. Beweist eure Loyalität. So, dann versuchen wir mal, so viele wie möglich hier zu killen. Oh, oder auch gar keinen. Oh, gut. Kann ich den nicht so töten? Doch, klar. Einer weniger. Aber wenn ich hier Aufmerksamkeit errege, dann... Oh, na. Äh, ja. Das war schlecht. Ne, ich... Ich glaube, ich muss die einzeln killen, weil... ...mhm... Ich denke, das ist das einfachste. Das ist das einfachste. Prove eure Loyalität zu mir. So, wo bin ich jetzt schlauze. Ich hoffe, dass ich so gut bin. Ich hoffe, dass ich so gut bin. Das ist ständig. Hey, kann ich das nur kleiner machen? Oder nur größer? Es geht nur größer. Das war ja echt beschissen von mir. Okay, vielleicht soll ich doch niemanden wissen. Bleib deine Leben, um keine Intruder zu stoppen. Probe deine Loyalität zu mir! Ich sollte diese Geistern haben, wenn ich die Chance hatte. Ich hoffe, dass ich immer wieder so bin. Ich werde die Chance haben. Ach, jetzt verstehe ich das. Alle Wachen, die hier stehen, hätte ich killen können. Ich werde diese Geistern haben, wenn ich die Chance habe. Ich werde die Chance haben. Ich hoffe, dass ich immer wieder so bin. Na komm, dreh dich weg! Okay... Nee, das ist... Gut zu wissen, wenn ich die vorher alle gekillt, dann werden sie jetzt wahrscheinlich nicht mehr da, darauf baut das ja auf, das wollen die Bilder mir ja sagen. Aber. Irgendwann dreht sich um Homie. So, dann killen wir den jetzt auch mal, würde ich mal ganz dezent sagen. Und doch dieützliche Georgia! Jetzt, wo ist es? So, als Sie schon wünschen lassen. Er ist hier. Nach Nahiang. Du denkst, dass du so leicht zu machen kannst du uns was? Wir wissen, dass wir von Wang Yang-Ming. Als du mich schäumt hast, Zhang Yong schäumt ihn. Soon, du wirst wirklich das letzte von deinem Kind sein. Wenn Zhang Yong ist, dann muss ich ihn finden, bevor er meinen Yang-Ming findet. Danke fürs Zuschauen und ciao.